Yo Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zwar heute mal ein Streetbiking Video mit RideIt Und das Balde Video, wo wir noch gedreht haben, kommt dann in den nächsten paar Tagen noch, muss ich noch fertig schneiden Ich habe jetzt hier keine Anmoderation gemacht, deswegen mache ich sie jetzt Und ich würde sagen, viel Spaß beim Video Was ist es? Oh Gott! Halt ab, stopp! Alter! Nein, ich habe nur 26 dabei. Kann man da drüben die Flaschen abnehmen? Mein Zahn ist abgebrochen. Was habt ihr denn da hinten geheben? Ich bin der, wo sich den Zahn rausgefallen hat. Ich wollte jetzt gerade anschweinen. Jetzt kommt alles auf Kamera. Auf Kamera. Alter, das macht die Scheiße. Ich habe keine Reisen bekommen. Nö. Ich bin der Worte. Da war der Worte. Das stimmt! Oh, ja. Oh, ja. Dahera fahrt um den, was er. Oh, ja. Musik Wir werden gleich rausgeschmissen, ich kall. Ja, ich auch. Ich hab einen Apfel, ne? Das wird der Beste. Wer fimmt jetzt alles? Ich hab mich. Du seid, Beike. Du seid. Wie ist mein Taugumier? Alle weg. Für dich haben wir nur 14 Prozent, ey. Oh, nice. Wir werden ja eh nur noch 3,5 Stunden so was haben. Ja! Nur noch. Eilig! Was machst du noch? Ich bin ganz sicher! Ja, ich hab einen Gaumen. Oh mein Gott! Wie soll das in der Fallen Judas? Ich bin sehr, sehr. Ich bin sehr, sehr. Oh mein Gott! Oh.. Oh! Okay.